Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa man tabi'a hudah. Hayakumullah zu heute, siebten Sitzung. Und wir lesen das Buch Al-Jami'a li-Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami'a von Al-Hafidh Abu Bakr al-Khatib al-Baghdadi. Und wir haben heute, inshallah, ein neues Kapitel. Und zwar, das ist das vierte Unterkapitel in diesem Buch. Die Vorgehensweise ist immer so, dass wir immer jeweils den Äthar auf Arabisch lesen. Und danach, inshallah, gibt es die Übersetzung ins Deutsche. Qal al-Muallif Er sagte, Kapitel, dass man die Uzuba, dass man das Alleinsein oder das Single-Sein vorzieht, und es unterlässt zu heiraten, für den Schüler des Wissens. In diesem Kapitel wird er über etwas Interessantes sprechen, eine interessante Thematik. Und zwar, dass es sein kann, dass manche Schüler des Wissens sagen, dass sie nicht heiraten möchten. Und anstattdessen lieber alleine bleiben, weil sie nach Wissen streben möchten. Und weil sie sagen oder denken, das würde sie vielleicht vom Streben nach Wissen abhalten. Und es gab manche Gelehrte, die so gehandelt haben. Und abgesehen davon, ob das jetzt eine richtige Vorgehensweise ist oder nicht, eine Sunna ist es nicht, weil die Sunna ist das, was der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, gemacht hat. Aber ist das erlaubt oder kann man so vorgehen? Es werden jetzt, inshallah, einige Äthar diesbezüglich erwähnt werden. Er sagte, es ist erwünscht. Er hat hier gesagt, mustahab. Und er sagte nicht, es ist eine Sunna. Eine Sunna ist, wenn das der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, gemacht hätte oder gesagt hätte. Und wenn die Fuqaha und manche Gelehrte sagen, mustahab, dann meinen sie eine Sache, die man machen sollte, aber es gibt keinen Beweis dafür aus der Sunna. Deswegen wird auch das Wort Sunna nicht erwähnt. Er sagte, es ist erwünscht für den Schüler des Hadiths und für den Schüler des Wissens, dass er alleine ist, dass er also nicht verheiratet ist, dass er Single ist. Solange das geht. Damit er nicht abgelenkt wird durch die Rechte der Frau. Und dass er sich dann um die Versorgung der Familie kümmern muss und nicht mehr genug Zeit hat für das Streben nach Wissen. Und hier hat er Folgendes gemacht, der Autor. Er hat nicht gesagt allgemein, dass man allgemein nicht heiraten soll, sondern dass man die ersten Jahre oder solange es möglich, solange das möglich ist, dass man die Heirat zum Beispiel hinausschiebt. Anstatt zu sagen, ja, ich heirate mit 18 Jahren oder mit 20 Jahren, dass man sagt, ja, ich schiebe das so lange hinaus, solange es möglich ist. Natürlich, wenn es dann nicht mehr möglich ist, dass man das Bedürfnis hat, sich zu heiraten, dann in diesem Fall muss er sich beschützen und bewahren und es wird dann zu einer Pflicht, dass er heiratet. Und im Allgemeinen, die Leute unterscheiden sich. Der eine muss unbedingt heiraten und der andere vielleicht eher weniger. Er sagt, ja, ich könnte heiraten, aber es ist für mich jetzt nicht ein dringendes Muss. Ich könnte noch etwas warten. In diesem Hadith, der sehr schwach ist, und es wurde sogar gesagt, dass dieser Hadith erfunden wurde. Und es wurde sogar darauf hingewiesen, dass er Mordur ist, dass er erfunden ist. Also er ist nicht nur schwach, sondern erfunden. Es heißt hier, dass er, dass der Prophet sallallahu alayhi wa sallam gesagt haben soll, der Beste unter euch ist Khafif al-Had. Dann sagten die Sahaba, was bedeutet Khafif al-Had? Ja, Rasulallah. Sie haben nicht verstanden, was damit genau gemeint ist. Er sagte, derjenige, der weder eine Familie noch ein Kind hat. Er ist also alleinstehend. Aber dieser Hadith ist bater. Der ist nicht auf den Propheten alayhi wa sallam zurückzuführen. Der nach sagt er, der Autoviter. Und er sagt, was er hat. Und er sagt, wie kann er... Hier heißt es das Bischar Ibn al-Hadif. Und dieser Bischar Ibn al-Hadif, er war einer der Zuhat, einer der zurückgezogenen Diener seiner Zeit. Und er hat schöne Aussagen. Hier sagt er, versucht nicht die Hadif al-Alaiq vorzuziehen. Und mit Hadif al-Alaiq ist gemeint, dass ihr heiratet. Dass ihr darauf aus seid zu heiraten. Versucht also nicht zu heiraten, wenn es nicht unbedingt sein muss. Denn wahrlich würde ich verpflichtet werden, mich auch nur um einen Huhn zu kümmern. Er hat einen Huhn und er muss sich darum kümmern, dass dieses Huhn ernährt wird. So würde ich befürchten, dass ich zu einem Soldaten oder zu einem Polizisten auf der Brücke werde. Also er muss dann einer Arbeit nachgehen. Und er hat extra diesen Beruf erwähnt, als ob er diesen Beruf als etwas Schlechtes gesehen hat. Und wir reden natürlich von Polizisten in der damaligen Zeit in den muslimischen Ländern. Und aus islamischer Sicht war das vielleicht nicht unbedingt immer problematisch. Aber trotzdem sieht man, dass selbst damals die Gelehrten es als verpönt gesehen haben, dass ein Muslim so einem Beruf nachgeht. Und das ist natürlich nicht vergleichbar mit den späteren Generationen, wo diese Leute, die so einem Beruf nachgehen, dann sozusagen die Unterstützer von Verbrechern und von Tawarid sind. Und dann sagte er, und derjenige, der nicht die Frauen braucht, er braucht nicht zu heiraten, so soll er Allah fürchten. Und er soll sich nicht ihren Beinen nähern. Er hat hier dieses Wort erwähnt. Also er soll dann in diesem Fall nicht heiraten. Kommen wir zum nächsten Äther. Ibrahim ibn Adham, auch einer der Suhad, einer der Diener und einer derjenigen, die viele Gottesdienste zu verrichten pflegten, sagte, derjenige, der die Oberschenkel der Frauen liebt, dieser wird nicht erfolgreich sein. Und in einer anderen Überlieferung sagte er, derjenige, der sich an die Oberschenkel der Frauen gewöhnt hat, dieser wird nicht erfolgreich sein. Das ist jetzt der Äther Nummer 64. Bei euch ist es der Äther 66. Ibn Numair sagte Sufyan, und damit ist gemeint Sufyan al-Thawri, der große Imam. Sufyan al-Thawri sagte einst zu mir, hast du geheiratet? Ich sagte, nein. Dann sagte er zu mir, du weißt nicht, in welcher Aafir du dich befindest, in welcher Unversehrtheit du dich befindest. Sofyan al-Thawri und Ibrahim ibn Adham sagten, wenn der Mann heiratet, dann ist es, als ob er auf das Meer hinausgeht. Und er befindet sich dann auf seinem Schiff. Und es kommen Wellen, rechts, links. Und dann heißt es weiter, und wenn er dann ein Kind bekommt, dann bricht er ein. Na'ti ila al-Athar ala liba'da. Das ist der Äther Nummer 66 bei mir und Nummer 68 bei euch. Kubaf ibn Mus'ab sagte, es wurde zu einem Beduinen oder zu einem wüsten Araber gesagt, wieso heiratest du nicht? Da sagte er, ich habe vorgefunden, dass es leichter ist, mit der Ifa, also mit der Unverheiratetheit umzugehen, als dass man Frauen hat und versucht dann irgendwie diese zu befriedigen und zufriedenzustellen. Danach sagte al-Khatib al-Bardadi selbst, Und wenn der Schüler des Hadiths und der Schüler des Wissens es vorzieht, dem Streben nach Wissen nachzugehen, anstatt zum Beispiel einem Beruf nachzugehen oder zu heiraten, so wird ihn Allah mit einer Versorgung oder ihm eine Versorgung zukommen lassen, die das Taawir macht, die das ersetzt, womit er nicht rechnet. Kommen wir zum nächsten Äther. Dieser Hadith ist auch ein Mordor, der ist auch sehr schwach, vielleicht sogar erfunden. Hier heißt es, dass der Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam gesagt haben soll, derjenige, der nach Wissen strebt, so übernimmt Allah für ihn seine Versorgung. Ibrahim al-Nacha'i, der große Imam, sagte, Derjenige, der etwas nach Wissen begehrt, so begehrt er das Ansicht oder das Angesicht Allahs. Allah wird ihm dann das zukommen lassen, was ihm reicht. Dann sagte Al-Khatib al-Waghdadi, Er sagte, und wenn er, also der Schüler des Wissens, einen kleinen Teil seiner Zeit für die Arbeit oder für die Beschäftigung aufbringt, dann ist das gut, wie wenn er zum Beispiel als oder im Taawir arbeitet. Und Taawir ist das, was wir auch vorhin kurz hatten, dass er als Schreiber arbeitet. Er sagt ja, ich brauche pro Tag, um über die Runden zu kommen, zum Beispiel so und so viel und dann arbeitet er zwei Stunden am Tag oder er arbeitet drei Stunden am Tag oder eine Stunde am Tag, je nachdem, was ihm reicht. Das, was er braucht, so viel arbeitet er. Und Al-Khatib al-Waghdadi sagt, das wäre gut, wenn er so vorgeht, auf diese Art und Weise, das ist gut. Und dann, was er mit der Erinnerung an, которые er sich zweit er Nahein betrotha s. Also habe ich mit Erinnerung an. Er sagte, wenn ich denke, wenn ich mich begeht, dass ich eine Art und Weise gehöre, wenn ich mich gehofft hätte, wenn ich mich für ein Einzelnehm Huhn betrotha s? , wenn ich komme, wenn ich dich was, auf die Erinnerung habe. Ich sage, wenn ich mich, wenn ich einen Ahler aus dem Erinnerung habe, auch, wenn ich mich zu erinnerung habe. Ich habe mich über das Erinnerung, aber das Erinnerung habe. Ich glaube, das Erinnerung wurde, dass er nicht zu erinnerung. Hier heißt es in dieser Überlieferung, Abu Bakram, das ist der Schüler von Imam Ahmad, er sagte, ich fragte Ahmad ibn Hanbal und sagte, würdest du einem Beruf nachgehen, was wäre dir am liebsten? Da sagte er, Imam Ahmad, wenn ich einem Beruf oder einer Beschäftigung nachgehen würde, und Imam Ahmad hat auch gearbeitet, dann wäre ich am liebsten ein Warraq, ein Schreiber für die Leute. Und dann sagte Al-Afram, was ist dir lieber, dass du bezahlt wirst nach der Anzahl der Hadithe oder nach der Anzahl der Seiten? Weil es gibt lange Hadithe und es gibt kurze Hadithe. Sagt jetzt zum Beispiel der Auftraggeber, wenn du zehn Hadithe niederschreibst, dann bekommst du so und so viel. Oder wenn du zehn Seiten niederschreibst, dann bekommst du so und so viel. Da sagte Ahmad, es ist mir lieber die Anzahl der Hadithe, denn es gibt den langen Hadith und den kurzen Hadith. Aber schreib nach der Anzahl der Seiten, denn dies kann besser bestimmt werden. Du einigst dich dann auf zehn Seiten. Das ist dann leichter. Das hat Imam Ahmad empfohlen. Als Schafiri sagte, für den Schüler des Wissens und für den Schüler des Hadithes ist es so, dass dies nur für jemanden geeignet ist, der nichts hat. Dann sagten sie, selbst wenn er auch anderen Besitz hat, er sagte selbst, wenn er anderen Besitz hat. Was möchte er damit sagen? Er möchte damit sagen, dass derjenige, der nach Wissen strebt, meistens wird er nicht reich sein. Er wird arm sein und wird vielleicht gerade so über die Runden kommen. Und dann sagte er, und Muhammad ibn al-Hassan, das ist As-Sheibani, dieser Muhammad ibn al-Hassan As-Sheibani, ist einer der bekannten Schüler von Abu Hanifa. Und ihr seht, was der Autor al-Khatib al-Baghdadi macht. Er erwähnt jetzt viele Aussagen von bekannten, gelehrten und Persönlichkeiten. Er sagte, und Muhammad ibn al-Hassan As-Sheibani sagte, Und bei dieser Angelegenheit, damit meint er das Streben nach Wissen, wird nur derjenige erfolgreich sein, der oder dessen Herzen mit Weizen zufrieden ist. Was möchte er damit sagen? Derjenige, dessen Herzen mit Weizen zufrieden? Jemand, der sagt, ja, es reicht mir, wenn ich Brot esse. Ich brauche kein Fleisch, ich brauche keine großen Speisen. Er gibt sich zufrieden mit wenig. Ein bisschen Brot, ein bisschen Wasser. Dieser wird erfolgreich sein beim Streben nach Wissen. Und darüber könnte ich viele Sachen erzählen. Und das habe ich gesehen im Laufe der Jahre. Dass es Schüler des Wissens gab, oder Leute, die, sagen wir mal so, die nach Wissen streben wollten. Sie waren sehr oft beschäftigt damit, wo man isst, was man isst. Abends ging es für sie immer darum, in welches Restaurant gehen wir, und wo gibt es gutes Essen, wo kann man es sich gut gehen lassen. Und dann wiederum gab es andere Schüler des Wissens, bei denen war es wie folgt, oder bei denen war es so, wenn er das Nachtgebet verrichtet hat, war er darauf aus, eine Kleinigkeit zu essen. Wo kann ich irgendeine Kleinigkeit finden, die ich zu mir nehme, und es soll auch nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, und danach kann ich wieder lernen, kann ich mich wieder mit etwas Nützlichem beschäftigen. Und das passt hier sehr gut zu diesen Überlieferungen und zu diesen Aussagen, welche wir gehört haben. Und es spricht nichts dagegen, dass man ab und zu mal vielleicht sich trifft, oder dass man etwas isst gemeinsam. Aber das darf nicht zum Alltag werden. Dass jeden Tag man dann zwei, drei Stunden nur damit beschäftigt ist. Wenn das vorkommt, einmal im Monat, oder alle zwei Wochen einmal, dann ist das inshallah kein Problem. Aber als Schüler des Wissens musst du auch sehr darauf achten. Stell dir mal vor, du bist mittags damit beschäftigt, und du bist abends damit beschäftigt. Das nimmt viel Zeit in Anspruch. Ich kann mich erinnern, in der Zeit, als ich in Al-Medina war, es war immer so, wir hatten Unterricht bis ungefähr kurz nach dem Mittagsgebet. Und es war eine große Universität mit tausenden von Studenten. Und es gab nur ganz kleine oder nur wenige Restaurants, wo man sich Essen holen konnte. Und ich hatte, alhamdulillah, einige gute Brüder um mich herum, die mich dann sozusagen auch, die waren alle älter als ich, und ich habe viel von diesen profitiert. Wir waren ungefähr mittags immer, haben wir uns getroffen, entweder in meinem Zimmer oder in dem Zimmer von den anderen. Wir waren fünf, sechs, sieben. Und dann haben wir abgemacht, dass immer jeden Tag einer dafür zuständig ist, das Mittagsessen zu holen. Weil Mittagsessen holen bedeutet, dass du zum Restaurant gehst und dich dann in der Schlange anstellst. Und danach gehst du vielleicht zum Kiosk oder zum Supermarkt und holst dort noch etwas Wasser oder etwas zum Trinken. Das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Und anstatt, dass alle hingehen, haben wir gesagt immer, wir essen zusammen und jeden Tag geht einer. In der Zeit können dann die anderen lesen oder irgendetwas machen, den Koran wiederholen. Wenn dann derjenige, der dran war, fertig war, dann ist er gekommen und man hat sich dann getroffen und dann hat man zusammen gegessen und das war meistens unser Ablauf gewesen. Das sind sehr schöne Worte. Er sagte, und niemand wird geduldig sein in Bezug auf diese anstrengende Situation, außer derjenige, der das Wissen gegenüber jeder anderen Sache vorzieht und der mit dem Wissen zufrieden ist als Ersatz für alles andere. Du hast kein großes Haus und kein Auto und nicht viel Geld, aber du hast das Wissen und du sagst, ich bin damit zufrieden. Das ist für mich der Ersatz und das reicht mir. Und so etwas schafft nur derjenige, der viel Sabor hat, der viel Geduld mit sich bringt. Und Schu'ba, das ist der große Imam, Schu'ba ibn al-Hajjaj, gestorben im Jahr 160 nach der Hijra, Amir al-Mu'minin für den Hadith, er sagte, wenn ich etwas Teig vorfinde bei mir zu Hause und etwas Tun, damit ist gemeint, wo Allah Ta'ala A'lam etwas Holz, damit er ein kleines Feuer machen kann, dann ist das für mich mehr als ausreichend. Und es ist so, als hätte ich nichts verloren in dieser Dunja. Also subhanallah, ein bisschen Holz, damit er ein Feuer anmachen kann und Teig. Das hat ihm gereicht, als hätte er die ganze Dunja. Und er sagt, Mحمad ibn Harun al-Dimashq, Harun sagte in diesen drei Gedichtsversen, sehr schöne Gedichtsverse, er sagte, wahrlich, die Mahbara, also der Tintenfass, der tagsüber mit mir sitzt, ist mir lieber als der Freund. Und ein Stück Papier, das ist das Wort Karit. Karit ist eigentlich kein arabisches Wort. Ich glaube, das ist ein persisches Wort. Im Persischen sagt man Karas und auch bei uns im Kurdischen sagt man Karas. Das bedeutet Papier. Er sagte, und etwas Papier bei mir zu Hause zu haben, ist mir lieber, als dass ich viel Teig habe. und dass mich der Gelehrte oder der Lehrer ohrfeigt auf meine Wange, ist mir lieber und angenehmer, als dass ich etwas Leckeres trinke. Nein, so waren früher manche Leute gewesen. Rahimahumullah. Diese drei Verse sind sehr schön. Sehr, sehr schön. Fömer kala, wa kala Shafi'i, su'ila ba'vus salaf, ma bela'gah min ishtiqalike bil'ilm. Kala, huwa suluwi idah tamamtu waladzati idah salautu. Imam al-Safi'i sagte, manche der Salaf wurden gefragt, warum beschäftigst du? Oder wie beschäftigst du dich mit dem Wissen? Und dann sagte er, das ist für mich die Sulu, also das Beschäftigen mit dem Wissen nimmt meine Sorgen. Es nimmt meine Sorgen, wenn ich traurig bin. Und es ist für mich Köstlichkeit, wenn ich keine Sorgen mehr habe. Und hier in diesen zwei Gedichtsversen erwähnt auch Shafi'i, was er davor gesagt hatte, der Vorzug, dass man alleine ist und dass man sich mit dem Wissen beschäftigt. Das ist der letzte Äther in diesem Kapitel. Er sagte, derjenige, der weiß, warum er lernt und warum er nach Wissen strebt, so wird das, wofür er sich anstrengt, leicht für ihn sein. Er wird es nicht mehr schwer vorfinden. Das ist soweit zu diesem heutigen Unterricht und zu diesem Kapitel. Hadrullah ta'ala a'lam wa sallallahu ala muhammad.